So, heute melde ich mich mal mit etwas Musikalischem wieder zurück. Und zwar habe ich auf dem Flohmarkt von einem Bekannten diese schöne alte Grammophon bekommen. Wie man sieht, es hat keinen Trichter, sondern hier vorne eine Klappe. Da kommen dann die Töne raus. Der Vorteil des Ganzen ist, je weiter natürlich die Klappe offen sind, desto lauter ist es. Also man kann hier die Lautstärke einstellen. So ist es leise, wenn die Türen geschlossen sind und wenn sie offen sind, ist es laut. Je nachdem, man kann auch da in die Richtung, dann schallt es mehr in die Richtung. Ist schon ganz clever gemacht. Ja, dieses Grammophon ist von HisMasters Voice, aber kein Nachbau in dem Sinn, sondern wirklich schon ein altes Ding. Und ich habe das Werk, das da drin ist, das Federwerk mal gereinigt. Und werde jetzt mal aufziehen. Leider ist die Bremse kaputt, weswegen ich die Platte festhalten muss, während ich hier aufziehe. Das dauert natürlich auch ein Weilchen. Ich habe jetzt mal eine von meinen Shell-Lack-Platten aufgelegt. Eine. Oh, da braucht man schon viel Kraft. Also für die Oma ist das nichts mehr. Und werde dann mal den Tonarm auflegen. Und das ist das. Also für die Oma ist das. Ja, das ist das. Musik 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 Ja, das war's. Ich werde ja sehen, ob die GEMA das Video mag oder nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob auf dieser Platte die GEMA irgendwelche Rechte drauf hat, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ja, wie gesagt, die Bremse ist leider kaputt. Vielleicht lasse ich mir noch irgendwas einfallen, vielleicht lasse ich es aber auch einfach so. Und ja, dieses Grammophon, ich habe keine Ahnung, wann es gebaut worden ist. Ich schätze mal so ungefähr 1930, 1940 rum. Das Schöne ist, dass noch ein paar Ersatznadeln dabei waren. Und ja, hiermit auch nochmal schönen Gruß an den Franz, meinen Bekannten aus Weilheim. Und nochmal vielen Dank für dieses schöne alte Grammophon. Ich werde es in Ihren halten. Tja, und an die anderen da draußen, bis zum nächsten Mal. Das nächste Video wartet schon. Servus, euer Fähles. Also, ich werde es in Ihren halten, bis zum nächsten Mal. Und jetzt, bis zum nächsten Mal.